hallo leute es freut uns dass ihr wieder zuschaut heute haben wir euch ein set mitgebracht von sembo und zwar die 60 802 742 teile inhalt sechs figuren kostet 29 95 bei lubrix es ist die halle der höchsten harmonie dann haben wir gedacht wenn wir jetzt eine mine haben braucht man auch gold jede menge gold ich will es offen ja dann wollen wir mal schauen die dings auf eine rückseite oder ist da dasselbe drauf und das sind noch ein paar andere sachen drauf ein paar kleine aufschnitte sind viele kleine teile jetzt besteht schon ein bisschen ist aus der serie vom museum bei denen heute noch mal sowas machen genau ja dann wollen wir mal schauen was da drin abgeht so ganz liegen lassen weil da ist nämlich auch der film ist das neue movie branche dieser da ist wieder das berühmte noch zum reinkieksen jetzt darf das rumtrennen das ganze zeug um den boden wie hier so wie üblich eine viel zu große packung jetzt mache ich es einfach mal und jetzt nehme ich auch den zollstock weil darüber ärgere ich mich schon immer so die packung hat 47 auf 23 jetzt gereicht ich weiß nicht was die hier für seltsame verpackungssachen haben wenn ich sowas aus china kommen lasse dann nimmt mir das doppelten platz weg ich kann also nur die hälfte in den container reinpacken so ein bisschen widersinnig okay dann packen wir es aus das sind so sachen die mag ich irgendwo nicht so eine richtige verschwendung wenn ich dann überlegt dass auf so einem container schiff sagen wir mal 15.000 container sind die im endeffekt nur halb voll sind was das ich bin kein umwelt josef ja aber hallo geht es noch man muss die umwelt nicht auch um so zu verdrecken ja geht das alles noch außerdem eure prachtkosten für den container die werden nur halb so groß wenn das ding richtig voll wäre ja dann wollen wir mal schauen alle tüten sind zwei bauabschnitte mussten es sein ich muss die trille abnehmen sonst würde ich die andere aufsätze ja das ist ja mal schlau leute schaut euch das anders muss ich euch gleich zeigen hier sind die figuren drin und eine kleine gefaltete bauanleitung wie die aussehen müssen ich habe die tüte noch nicht aufgemacht die ist noch komplett zu ich finde sowas klasse mal was ganz neues hat bestimmt auch noch keiner gesehen von euch also ich noch nicht ich bin gespannt im vergleich zu der dänischen figur sind die mir doch recht eins 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 zwei viele drin auch zwei ui eins eins zwei und das ist boah ey alter seh guck dir die figuren an da fällte nichts mehr ein da fällt da kümmerst du dich schön drum auf jeden fall und hier auch noch mal die muss ich alle extra zeigen ich zeige es euch erstmal im paket weil das glaubt ihr einfach nicht wie die bedruckt sind und die andere tüte brauche ich auch noch mal weil das muss ich in der tüte zeigen das glaubt mir sonst keiner schaut euch die bedruckung an das ist der hammer so jetzt mal leider ein bisschen krach machen das sieht toll aus die steine hier hast du die große platte ich werde dann später ja gut das gold ist bei dir gold alter schwede sehr schön sehr glänzend super ähm gib mir mal die schüssel dann kann ich auch noch was packen wie brauchst du jetzt? 2,4 ne? ja 5 hast du denn da auch welche? ich wollte erst den krach hinter uns bringen äh die dinger so ich weiß schon nicht wie die auch noch ja dieses teile drin dieses pastell türkis hier klasse wunderschöne farbe ja das war nicht so schlimm aus ja gut es muss auch minus drin sein aber hier aufkleber bogen ich tue hier auch an der schütten das sind die selben ich habe die tüte jetzt noch mal umgedreht ich wollte sie durchschneiden habe gesehen dass die nummer da ist und habe dann die andere seite genommen weil wenn man dann irgendwas fehlen sollte lassen sich die nummern besser feststellen da war was mit der genau oh ja die ist besser kannst aber die dache elemente sehen fantastisch aus die ist besser kratzt wer ging wenn da nichts zu bemängeln wäre auch da würde ich ja krank werden so dann die aufkleber so wie ich das sehe sind das zwei zwei aufkleber ja die kommen hier auf die 8x8 auf die 4x4 2x4 platte auf die platte dann dann ist die sind die kratzer verdeckt ja sehr gut dann kann man drüber weg gucken aber ganz so dann die bauanleitung oh ja die sieht gut aus die sieht sehr gut aus müssen wir gucken wo was trennen können fang du erst mal an da ja mach erst mal alles frisch da hinten bei dir ich tue gleich mal unterbrechen das wenn wir dann eventuell schnelldurchlauf machen müssen so kommen hier die figuren hey alter schwede die sehen ja geil aus so drei figuren und zwei hüte drei figuren drei hüte muss gucken wie es zusammen gehört ist auch ja einer gut los soweit ich weiß hat der kaiser so der übliche spruch gelbe tonne gelbe sack und nicht in der wald ist dann mit dem gelbe sack ist das schon alles ein bisschen widersinnig was da jetzt zur zeit rauskommt wir trennen wir die bekloppten zahlen schweine geld dafür und dann wird es ins ausland geschickt container weiß und da verbrannt das ist hier läuft einiges schief hauptsache die kohle stimmt so dann werde ich jetzt mal kurz unterbrechen so 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 das sind die teile die über sind acht teile inklusive inklusive der einen hand dann kommen wir hier zu den figuren ich habe sie extra auf ein plate gesetzt so damit man sie besser sehen kann wunderschöne figuren alle unterschiedliche gesichter die beine bedruckt die arme bedruckt die schuhe bedruckt jeder von denen hat jeder von denen hat einen umhang keine einheitliche umhänge wunderschöne figuren so jetzt kommen wir zu den chefs der bude die mit den sonderrechten wunderschön bedruckt auch jeder eine eigene eigenes gesicht das ganze jetzt von hinten herrliche figuren gold bedruckt und naja von hinten bedruckt von vorne bedruckt ich wundere es nur dass sie nicht von unten bedruckt sind so kann man es auch machen wenn man bedenken was das set kostet 29 95 von sembo ja dann der lustige teile trenner und ja dann wollen wir doch mal schauen wie die bauerei war die aufkleber alle beide fantastisch im transferverfahren das heißt also ihr zieht das von der trägerfolie ab klebt es drauf dann rubbelt es bitte mit einem tuch oder mit dem mit der glatten seite von der von dem kleber etikett richtig schön fest und dann zieht er das plastik ab und dann sieht es so wunderschön aus wie hier so ich denke meine klemmkraft hat euch noch ein bisschen was zu erzählen über das ganze zeugchen genau dann hau mal ran klemmkraft ist auf jeden fall sehr gut bei dem ja die war gut er hat es fertig gekriegt so abblick da ist ein fussel nein das ist ein fussel wahrscheinlich von meinem ich habe wieder gefusselt so schönes gebäude die meisten teile sind die meisten teile sind 1x1 Stats weißt du was ich halte es du erzählst so der eingang unten wird einfach nur freigelassen man kann leider nichts drin erkennen weil nichts drin ist es hat an den säulen schöne goldverzierungen was ist hier los heute jetzt klappt es genau das dach ist schön zu sehen seidenmattgelb ohne jegliche kratzer oder sonst irgendwas wirklich makellos obendrauf die fliesen haben ein paar kleine mikrokratzer aber das sind auch wunderbar die steine sind fantastisch dann wurde am ende der letzte bauschritt ist der ganze misst und außen drum warum misst weil man das eigentlich am anfang hätte machen müssen weil sonst muss man überall innen reingreifen lässt sich nicht gut machen als erstes fliesen und dann geht es besser so jetzt geht es besser wir müssen mit der beleuchtung unbedingt was machen ich würde wirklich anfangen als ersten schritt die ganzen fliesen nehmen drauf machen nachdem die grundplatten hier auf die base plate gesetzt worden sind und dann hat man da mehr freude dran so kann man es besser sehen ja es ist teilweise sehr schwierig die dachkonstruktion zusammen zu drücken weil da wirklich extreme klemmkraft dahinter steckt ich habe das obere dach gebaut hier und ich hatte da keinerlei probleme wunderschön sehr toll gemacht schönes kleines gebäude gut bei den fliesen hätte man sehr sehr viele teile sparen können wenn man größere teile genommen hätte das sind 162 fliesen alleine am boden verbaut ein bisschen anders zusammenstellen so dass man das alles sehen kann das sind ja schön viele kleine einzelteile auch die anleitung ist sehr detailliert und einfach gemacht man sieht halt immer alle schritte bleiben hell alles rot umrandet was neu dazu kommt wirklich detailliert kann glaube ich jeder klemmen ja dann würde ich sagen von mir aus eine hundertprozentige Kaufempfehlung für 30 Euro also 29,95 Euro wir verlinken euch das nach Blubrix und bei uns wird es wahrscheinlich vorläufig nicht verkauft werden weil die Figuren ich weiß nicht was mit denen los ist ich meine nur dass es eben halt Blubrix verkäuft heißt noch lange nicht dass wir es auch verkaufen dürfen auch wenn wir bei denen als Händler gemeldet sind ich bin da ein bisschen vorsichtig aber ansonsten von mir eine hundertprozentige Kaufempfehlung die Figuren muss man unbedingt in seiner Sammlung haben das sind wirklich die besten Figuren die ich bisher gesehen habe was die Druck angeht also da können sich andere ein Riesenbeispiel nehmen und wenn ich bedenke dass man so eine Figur vielleicht für 3 Euro auf dem Markt bekommt ja 3 x 6 gibt 18 und das zieht jetzt mal von dem Preis ab dann wisst ihr bescheid ja ja Leute wenn euch das Video gefallen hat dann Daumen hoch abonniert uns dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand ihr werdet benachrichtigt wenn ihr die Glocke drückt und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Anmerkungen Anregungen hat schon jemand das Gebäude gebaut hat jemand schon Erfahrungen mit den Figuren gemacht ist er immer noch davor und am Staunen schreibt es uns in die Kommentare wir würden uns wahnsinnig freuen ja dann würde ich mal sagen das war's für heute und wir verabschieden uns mit baut auch so schöne Sachen und nicht vergessen die müssen nicht teurer teuer sein und sag euch bis zum nächsten Video Tschüss Tschüss